Eines der wichtigsten Modelle bei BMW ist der kompakte SUV X1. Der bayerische Topseller steht ab sofort und brandneu beim Händler. Er ist mit seinem Vorgänger einfach nicht mehr zu vergleichen. Dank einer komplett neuen Plattform hat sich die schrullige Kombi-Optik erledigt und man bekommt einen dynamischen BMW SUV im Kompaktsegment. Er wirkt bulliger und mehr im Jetzt. Die Optik passt haargenau ins aktuelle BMW Portfolio und man fühlt sich auf Anhieb gut aufgehoben. Bei einem Premium SUV darf man natürlich jede Menge Goodies erwarten. So lässt sich der neue X1 mittels Extras lockerlässig in die nächste Preisklasse hieven. Vom Vorgänger wurden über 700.000 Stück verkauft. Der neue BMW X1 wird das garantiert toppen. Ein ausführlicher Go-Test folgt in Kürze.